Nein, Mietz, das ist mein Frikassee. Nein, Mietz, böse Mietz, nein, Mietz, das Frikassee gehört mir. Mom, Mietz benimmt sich wie ein Dildo. Nein, Mietz, das sind meine scharf gewürzten, gebackenen Hühnerfilets. Nein, Mietz, eines Tages werde ich alle Gin Pokémon zusammen haben und dann die böse Macht bekämpfen, die sich zeigt, wenn alle Gin Pokémon versammelt sind. Nein, Mietz, du kriegst meine Hühnerfilets nicht, weil sie mir gehören und ich behalte meine ganz für mich. Vergiss nicht. Nein, Mietz, ich hab nichts für dich. Was zum Teufel ist los mit dir? Lass das, Mietz! Nein, Mietz, du bist eine böse Mietz, verdammte Scheiße! Roter Bewohner des Regenwaldes. Wow, ist das nicht toll, Lenny? Böse! Böse Affe! Eric, was soll denn das? Ich such nach einem Weg, mich auszudrücken. Hart aber herzlich, wie bei meiner Mietz. Sie ist ganz böse, dann sag ich dir, du bist eine böse Mietz und brate eine über. Und hier haben wir ein dreizehiges Faultier. Böses, böses dreizehiges Faultier. Eric, hör jetzt in Gottes Namen auf damit. Respektier meine Autorität. Blanket. Spielen wir Blanket? Ne, 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 halt, ich bin nicht Blanket. Ui, er kann fliegen, er kann fliegen. Aufhören! Oh mein Gott, er hat Kenny getötet. Sie schreien!